Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute und auch in den nächsten Tagen gerne Videos über die Partien vom Frauen Grand Prix in Kasachstan machen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist das ein sehr hochwertiges Turnier, was momentan stattfindet. Zum anderen ist eine Deutsche am Start, Elisabeth Peetz. Sie hat eine Wildcard bekommen von Monaco. Sie spielt für den Verein von Monaco seit vielen Jahren und hat daher jetzt die Wildcard für den Grand Prix bekommen, weil Monaco eben auch ein Turnier ausrichtet. Vielleicht kurz, worum geht es in diesen Turnieren? 20 Spielerinnen spielen jeweils 3 von 6 Turnieren, also an jedem Turnier nehmen 10 Spielerinnen teil. Es werden 9 Runden, jeder gegen jeden gespielt und am Ende geht es um Grand Prix Punkte. Wer in den 3 Turnieren, die diejenige gespielt hat, die meisten Grand Prix Punkte sammelt, bekommt am Ende einen Platz im Kandidatenturnier. Beziehungsweise sogar die ersten beiden bekommen einen Platz im Kandidatenturnier 2026. Und vielleicht ist euch mein komischer Hintergrund schon aufgefallen. Das sieht aus wie ein Hotel und das ist es auch. Ich bin nämlich mit Elisabeth in Kasachstan und unterstütze sich hier ein bisschen, aber ich finde auch Zeit, um eine Partie am Tag zu analysieren. Und in der ersten Runde wollen wir, ja, mit der, der lokalen, dem lokalen Superstar starten, Bibisara Asorbaeva. Sie steht kurz davor, den GM-Titel zu holen. Ich denke, sie braucht noch eine Norm und ein paar Elo-Punkte, aber das bietet sich natürlich in diesem Turnier an, denn man kann hier GM-Normen machen und eben auch die nötigen Elo-Punkte sammeln. Sie braucht sechs Punkte aus neun Partien und sie spielt gegen eine Spielerin, die sich letztes Jahr überraschend für das Kandidatenturnier dieses Jahr qualifiziert hat, zwar Nogil Salimova. Und Bibisara hat Spaß und wir schauen mal, wie sie sich schlägt. Nogil eröffnete mit D4, Springer F6, Springer F3 und G6. Ich glaube, Bibisara spielt fast ausschließlich königsindisch. Dementsprechend ist das hier natürlich eine sehr logische Fortsetzung. G3 und C5. Das ist nicht die häufigste Fortsetzung. Natürlich kann Schwarz auch einfach Läufer G7 und Rochade spielen, aber Schwarz versucht hier mehr oder weniger auszunutzen, dass Weiß noch nicht C4 gespielt hat und greift sofort das Zentrum an. Es folgte Läufer G2, Läufer G7 und C4. Es wird hier recht klar, dass Weiß kein Interesse daran hat, in eine Benoni-Struktur mit D5 zu gehen. Das ergibt auch insofern Sinn, als dass der Benoni gegen Läufer G2 als wohl die gesündeste Version des Benonis gilt. Dementsprechend möchte Weiß das nicht und sie versucht hier eine solide Variante zu spielen. CD4, Springer D4 und Springer C6. Soweit, so gut. Beide Seiten entwickeln sich. Rochade und hier kommt schon der erste Zug, der ein bisschen andeutet, dass Bibisara heute mit Schwarz nicht nur auf Sicherheit gehen wollte, sondern auch Gewinn. Sie spielte H5. Und hier ist glaube ich der erste Moment, wo man mit Weiß nachdenken muss. Also außer man kennt die Stellung, aber H5 ist schon eine recht seltene Fortsetzung in dieser Stellung. Und Nogil tat das auch und hat sich jetzt hier für Springer C3 entschieden. Vielleicht kurz, was sind die anderen Optionen? Also Weiß kann natürlich H4 spielen. Das hat immer so ein bisschen den Nachteil, dass es das Feld G4 schwächt. Die Frage ist, wie schlimm ist das am Ende? Man kann das machen, aber ich muss sagen, dass eine recht logische Reaktion auf sowas wie H5 eigentlich immer H3 ist. Der Hauptpunkt ist, dass man eben das Feld G4 nicht schwächt und dass man nach H4 immer mit G4 selbst reagieren kann. Und das ist dann alles nicht so problematisch. Aber Springer C3 ist natürlich auch ein Entwicklungszug und sagt einfach, dass H4 an sich erstmal nicht so schlimm ist. Also das Weiß dann nicht so schnell matt gesetzt wird, wie Schwarz das gern hätte. Schwarz spielt trotzdem H4, auch das ist logisch. Und hier folgte C5. Und hier habe ich mal an die Datenbank geguckt. Wie gesagt, es gibt nicht mehr so viele Partien. Aber eine Vorgängerpartie sprang mir sofort ins Auge. Denn da spielte Jawuch hier Sinn darauf aus Usbekistan mit Schwarz. Falls ihr den nicht kennt, das ist ein sehr junger Spieler, sehr talentierter Spieler, der glaube ich auch schon einmal über 2700 Elo war. Gerade ist er wohl wieder drunter. Aber warum fiel mir das ins Auge? Weil, soweit ich weiß, ist er sehr, sehr gut befreundet mit Bibisara. Und ja, eventuell haben sie die Variante zusammen vorbereitet. Vielleicht hat Bibisara auch einfach nur die Partien verfolgt und hat dann sich die Variante abgeschaut. Oder vielleicht hat sie die Variante auch als erstes angeschaut. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Jawuch hier spielte aber H3. Und Bibisara spielte den besseren Zug H-Schläge G3. Denn man möchte hier natürlich die Stellung öffnen. H-Schläge G3. Und hier kommt vielleicht der nächste Zug, der auf den ersten Blick etwas überraschend aussieht. Turm H5. Aber die Idee ist es tatsächlich einfach, den Bauern auf C5 anzugreifen. Denn der ist gar nicht so leicht zu decken. Weiß spielt Springer B3. Ja, das deckt den Bauern, aber es zieht eben auch den Springer aus dem Zentrum weg. D6. C schlägt D6. Und hier möchte Schwarz natürlich nicht wieder nehmen. Sondern Schwarz wollte einfach nur den Läufer öffnen. Und hier steht Weiß, glaube ich, vor der nächsten großen Wahl. Man kann hier theoretisch einen Bauern nehmen. Die Frage ist, will man das? Denn Schwarz wird mit der Dame nehmen. Schwarz möchte natürlich nicht die Damen tauschen, denn Schwarz will ja matt setzen. Und hier Läufer schlägt H3. Und Schwarz könnte auf H3 nehmen, aber Schwarz könnte auch erstmal Tempi gegen die weiße Dame gewinnen. Turm D8. Und nach Dame C2 noch das nächste Tempo mitnehmen. Und nach Dame B1 erst jetzt auf H3 nehmen. Weiß hat hier einen Bauern mehr und ist jetzt noch nicht matt. Aber man muss auch sagen, dass die Stellung schon gefährlich aussieht für den weißen König. Dazu kommt, dass Schwarz nicht nur aufgrund des geschwächten weißen Königs Kompensation hat, sondern auch, weil der weiße Damenflügel hier schon recht passiv steht. Und dementsprechend kann ich verstehen, dass man das in einer praktischen Partie nicht unbedingt haben will und sich dann entscheidet, lieber auf H3 zu nehmen. Und hier kam Tom schlägt H3 und auch hier gab es Vorgängerpartie. Weiß entschied sich in der Partie D7 zu spielen, also sie versucht, glaube ich, einfach die Damen zu tauschen, die Stellung zu vereinfachen und dementsprechend dann auch den schwarzen Angriff abzuwehren. Läufer F4 wäre eine interessante Option. Hier wird Schwarz wahrscheinlich Dame D7 spielen und dann versuchen, möglichst schnell zum weißen König zu kommen oder auch mit Springer H5 den Läufer zu verjagen. Eine andere interessante Option wäre Springer B5, einfach mit der Idee, dass Springer C7 Schacht droht, weil noch ist weiß nicht matt. Und nach Dame D7, Springer C7 gab es hier tatsächlich eine Vorgängerpartie, in der folgte König D8 und Schwarz verlor recht schnell, aber nach König F8 ist die Stellung gar nicht so klar, denn nach D schlägt E7, Dame schlägt und Springer A8 hat man Dame E4 und plötzlich fühlt sich der weiße König tatsächlich sehr nackt. Bei bestem Spiel kann weiß das halten, aber mehr eben auch nicht. Deswegen D7 an sich logisch und hier war ich sehr überrascht. Also der Computer möchte hier gerne mit der Dame nehmen und sagt, dass dieses Endspiel einfach ein kleines bisschen besser ist für Schwarz, aber jetzt auch nicht so viel. Einfach nach König G2, zum Beispiel Turm H5. Der Punkt ist, dass der schwarze Läufer sehr stark ist und dass man natürlich auch, wann immer man will, auf C3 nehmen kann und die weiße Struktur kaputt machen. Aber, also ich finde, der Verlauf der Partie beschreibt es schon ganz gut. Schwarz wollte ja auf Matsch spielen und Springer schlägt D7 ist jetzt hier nicht wesentlich schlechter als Dame schlägt D7. Deswegen ist das aus meiner Sicht schon die logischere Fortsetzung. Hier hat weiße Läufer F4 gespielt und das war wahrscheinlich nicht optimal. Besser wäre es sofort, diesen Turm zu verjagen. Nicht nur mit der Idee, dass er nicht mehr auf H3 steht, sondern dass man ihn eben auch mit Turm H1 abtauschen kann. Turm schlägt H1, Dame schlägt H1 und zum Beispiel Springer F8 und hier, Schwarz hat ein kleines bisschen die Initiative, aber Weiß sollte in der Lage sein, das zu neutralisieren. Weiß wird wahrscheinlich damit leben müssen, dass Schwarz früher oder später auf C3 nimmt und die weiße Struktur kaputt macht, aber dann hat man zumindest einen Läufer gegen einen Springer. Nach Läufer F4 bringen sich die schwarzen Figuren langsam in Stellung, Dame C8. König G2 und jetzt muss eben nicht mehr der Turm wegziehen, sondern Schwarz kann den Springer ziehen und die Dame verteidigt nun den Turm. Und 1. Okay, Schwarz bleibt nichts anderes übrig, als zu tauschen und Springer H5. Jetzt möchte Bevisara einfach den Läufer auf F4 wegnehmen und nach Läufer E3 spielt sie Springer E5. Der nächste Springer kommt. Hier, das zeigt auch sehr schön, warum die weiße Stellung etwas unangenehm ist. Jeder Zug von Schwarz hat so eine kleine Drohung. Also der Springer auf E5, der will nach C4 gehen, und während das vielleicht nicht so schlimm ist, muss man schauen. Vielleicht nimmt das den Bauern auch B2 weg, ja, denn Springer schlägt E3 ist natürlich eine unangenehme Drohung und Weiss muss irgendwie darauf reagieren. Das Problem ist, es droht nicht nur Springer C4, sondern auch Springer G4. Definitiv eine Idee. Und Nugge entschied sich hier, F3 zu spielen und Platz für den Läufer auf F2 zu machen. Vielleicht kurz, ich denke, Weiss sollte hier selbst aktiv werden und sowas wie Trump C1 spielen. Hier habe ich Springer G4 angeschaut, weil ich dachte, dass der ja durch F3 verhindert werden sollte, aber nur Läufer D4. Und nach Dame C6 kann man E4 spielen. Und nach Läufer D4, Springer D4, Dame F6, ist man gerade rechtzeitig mit Springer F3. Und alles ist gedeckt, das sollte okay sein für Weiss. Obwohl es natürlich immer noch etwas gefährlich aussieht, aber so toll stehen die Springer hier auch nicht, wenn sie keine taktischen Möglichkeiten haben. Deshalb, es kam F3 und Springer C4. Und jetzt ist das Problem, also wenn man den Läufer wegzieht, hängt eben der B2. Und wenn man Dame C1 spielt, was, denke ich, der andere logische Zug ist, weil er deckt Läufer und Bauer, dann kommt Dame F5. Hier geht G4 nicht wegen Dame E5, das greift einfach den Läufer an und der Läufer ist natürlich wichtiger als der Springer auf H5 und es droht eben auch sowas wie Dame G3. Das ist schon völlig verloren für Weiss. Und wenn jetzt Läufer F2 kommt, dann kann Turm C8 kommen und auch diese Stellung ist nach wie vor sehr unangenehm, da die ganzen schwarzen Figuren auf den weißen Damenflügel strahlen. Also auch das wäre nicht schön für Weiss. Deshalb entschied sich Nogil hier, den Bauern auf B2 zu opfern und nun ein bisschen aktiv zu spielen. Dame E6 und Turm C1. Hier spielte Schwarz B6. Man könnte tatsächlich auch mit Turm D8 anfangen, weil der A7 nicht so richtig hängt, wegen wieder B6, aber B6 auch logisch. Und hier ist jetzt auch die Frage, wie sollte Weiss weiterspielen? Nogil entschied sich, die Dame mit Dame H4 zu aktivieren. Ich denke, Weiss sollte stattdessen lieber versuchen, diesen Läufer zu tauschen. Denn nach Läufer D4 könnte der Springer nehmen und es wird zumindest auch der Springer aktiv. Nach Dame D5 kann man den Springer nach C6 bringen. Hier muss Schwarz tatsächlich recht akkurat spielen und der nach Springer C4 könnte Weiss mit Dame H4 abdrohen auf E7, aber hier hängt natürlich der C6 und nach Turm C4 darf man nicht nehmen, wegen Springer D6 und Abzug, also kein Abzugsschach, aber Schach und Abzug. Und ja, wenn Schwarz die Dame wegzieht, dann hat Weiss zumindest ein bisschen Material getauscht, aber natürlich hat Schwarz immer noch einen Bauernmeer. Stattdessen nach Dame H4 ist das Problem, dass die aktiven schwarzen Figuren auf dem Brett bleiben und man sollte wahrscheinlich Turm D8 spielen, um zu verhindern, dass was nach D4 kommt, aber auch Turm C8 ist recht logisch. Der Punkt ist, dass Weiss hier nicht gut reagiert hat, also sie hat hier auf C8 geschlagen, besser wäre es, den Springer zu aktivieren. Ein wichtiger Punkt ist, dass nach Läufer schlägt D4 ein sehr starker Zugspringer G5 ist. Den muss man erstmal sehen, mit wenig Zeit auf der Uhr. Die Idee ist, dass nach Dame schlägt E2 Turm C8, König D7, Weiss diesen Turm einfach zurückgeben kann und auf D4 nimmt und nach König E8 zum Beispiel hat man nochmal Schach, also müsste der König versuchen, in die andere Richtung zu laufen, wenn man überleben will. Aber jetzt nach Springer schlägt F7 ist völliges Chaos auf dem Brett und hier ist gar nicht klar, wer besser steht. Deshalb sollte Schwarz nicht auf D4 nehmen, sondern lieber sowas wie Dame D7 spielen, aber jetzt könnte man auf C8 nehmen und eigentlich reicht es schon, wenn man das sieht, denn man hat hier einfach den Springer aktiviert, was in der Partie eben nicht der Fall ist. Man könnte hier Springer B5 spielen und der Springer steht hier natürlich besser als auf B3. In der Partie kam vor dem C8 und nach Dame C8 Dame G5 folgte Springer F6. Schwarz hat einen Bauernmeer, also grundsätzlich hat Schwarz natürlich nichts dagegen, die aktiven weißen Figuren zu tauschen und nach Läufe F6 Dame D5 kommt erstmal König F8. Der König möchte sich vielleicht auf G7 verstecken, aber vor allem möchte man einige Schachs abwenden. Springer D4 und Dame C4. Nicht vergessen, Schwarz hat einen Bauernmeer und möchte einfach ins Leichtfiguren-Endspiel. Weiß hat hier leider auch nicht wirklich was Besseres als zu nehmen, weil der A2 ist ja auch angegriffen. Deshalb hat sie genommen und Springer B5 gespielt. Aber nach A5 wird recht schnell klar, die Bauern sind gedeckt und Weiß wird den Bauern nicht zurückbekommen. Die Frage ist jetzt, nach A4, ist das irgendwie eine Festung für Weiß? Aber an solchen Stellungen sollte man sich klar machen, dass das meistens eher keine Festung ist und Baby Sarah wird das jetzt auch sehr schön zeigen. denn sie spielt König E8. Sie bringt einfach erstmal den König zur Verteidigung des B-Bauern, dann kann der Springer ziehen oder sie kann eben auch versuchen, den Läufer zu tauschen. Es folgt der F4, König D7, E4 und E6. Auch das ist ein recht cleverer Zug, also Weiß bereitet ja offensichtlich E5 vor und versucht den schwarzen Läufer aus dem Spiel auszuschalten, aber jetzt nach E5 hat Schwarz eben Läufer E7, was diese Läufer C5-ID vorbereitet. König F3, König C6 und nach Läufer D4 folgt der erstmal König D5, Läufer F2 und Läufer C5. Weiß vermeidet den Abtausch, weil das Springer-Einspiel ist natürlich sehr hoffnungslos, weil hier Schwarz nicht nur einen Bauern mehr hat, sondern nach König B4 wahrscheinlich auch noch einen Zweiten oder meinetwegen auch nach sowas wie Springer B2. Der Bauer wird nicht lange auf dem Brett bleiben, deshalb versucht sie die Läufer auf dem Brett zu behalten, aber nach Springer B2, Springer C3, König C6 und Springer E4 folgt der Läufer E7 und tatsächlich Gab weist hier schon auf, denn der A4-Bauer wird verloren gehen, also zum Beispiel nach Springer C3 könnte Läufer B4 folgen und aufgrund dieser Fesslung hängt der A4 wieder und wenn man einen zweiten Bauern verliert, dann ist die Partie hier leider gelaufen. Starke Partie von Bibi Sarah muss man so sagen, Elisabeth hat heute leider gegen die WM-Herausforderin Hang Jong-Gi verloren mit Schwarz, das war schade, sie ist gut aus der Eröffnung gekommen, aber irgendwie in Zeitnot lief es dann etwas gegen sie und dann war die Stellung schwierig und ja, Tan hat einfach immer weiter probiert, das war aus unserer Sicht natürlich enttäuschend, aber es sind noch acht Runden und morgen geht es für Elisabeth gegen die Mongolin Munguntul, die hat heute auch verloren gegen Starbruder Tzolakidu und damit haben tatsächlich zwei der drei Medaillengewinnerinnen aus dem ersten Grand Prix auch ihre erste Partie hier gewinnen können, sie sind die einzigen beiden, die an beiden Turnieren teilnehmen bzw. teilgenommen haben, das heißt, andere hatten dazu erstmal nicht die Chance, aber dennoch gute Vorstellung von Bibi Sara und von Starbruder und wir drücken natürlich Elisabeth die Daumen für die nächsten Runden, dass wir da auch noch schöne Partien von ihr sehen und natürlich auch, dass wir noch einige Punkte sehen. Ich hoffe, euch hat die Partie gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Tschüss!